Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Black Ops 2 Offline mit dem lieben Adi. Hallo. Und dem David von C7. Grüß Gott. Und leider nicht mit Burak, er ist verstorben. Nee, er hat einfach nur keinen Bock mehr. Und Leute, wieder mit Ton. Mein Ton geht wieder. Ich habe meine kompletten Sound-Einstellung alles zurückgestellt. Mit der Shotgun und langer Lauf anfangen. Wir spielen hier Scharfschätze. Jetzt wird es interessant. Adi, Wetten Adi gewinnt. Wetten Adi gewinnt. Ja doch, du. Wir sind alle die gleichen Waffen mit Lappen. Ja, du bist aber trotzdem Noob. Noob, er hat ein alter Richtiger Noob. Jawohl. Ja, Adi, aber man muss ganz klar sagen, dass Adi ziemlich viel Erfahrung hat, weil er ja auch sonst immer mit den Noob-Waffen spielt. Ey, Mann, nicht dein Ernst. Ey, das ist zum Kotzen. Ja, ich habe doch gesagt, er hat einen Vorteil. Nein, ich war schon um die Ecke. Um die Ecke. Ey, Mann, ey, Mann. Boom, der Ecke. Nur ein bisschen angewittet. Um die Ecke. Ich freue mich schon, in 30 Sekunden wechselt man die Waffe. Ich hoffe, wenn ich noch eine Shotgun, das wäre natürlich ziemlich scheiße. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Loll. Hast du vor mir geschossen? Ja, aber Mann. Wir haben gleichzeitig geschossen. Alter. Alter, wieso stirbst du denn nicht? Zielst du eigentlich, Kevin? Nee, ich habe auch nicht gezählt. Alter, Mann. Nee. Ja, komm schon wieder so eine Noob-Waffe. David Spezialwaffe, Alter. David Spezialwaffe. Wo ist denn der? Da war einfach nur, kam der jetzt. Ey, komm schon. Ist doch voll die Kacke, ey. Richtig elend. Was? Oh. Was? Ey, das kann es nicht sein, Mann. Der messert mich einfach. Der messert mich einfach. Das ist alles perfekter Noob-Party-Modus. Hä? Habe ich mich gerade selber gekillt? Nee, doch nicht. Was wäre es noch, Alter? Was wäre es noch? Ich mag halt da, gegebenenfalls mich verarschen. Ich habe mich selber nie durchgebracht. Und mich dabei mit. Hoppala. So lernt ihr das, weil er ihr erst, oder was? Oh, das reimt sich sogar. Ey, Adi ist doch nur Erster, weil wir die ganze Zeit die Noob-Waffen durchgehen. Ja, sag ich doch. Voll peinlich, Mann. Okay, das ist besser, Alter. Du bist nicht besser als ich. Du bist nur bei den Noob-Waffen besser. Ich musste nachladen. Ich auch. Jawoll. Ja, ich habe mich schon selber die Luftgeber. Kopf, der ist sicher, Alter, beste Waffen. Nicht dein Ernst, Mann. Nicht dein Ernst. Wo bist du? an erhältlich ist es nur nicht in den letzten Jahren wird die Welt dieser Tülle aber jetzt hat drinnen und den Sommer nicht gerade muss sein das Städtien was soll nicht wissen ist dass ich hatte der G4 ab das ist gar nichts die Nachbarkeit das übertrifft alles was ich bisher gesagt habe ja so nur scheiße laberst das ist nicht ja mann wie kann das sein ich muss nachladen mann wie kann das sein Scheiße mann oh lol jawoll mann Kevin echt was kannst du eigentlich wieso bist du immer diese Kack oh ne Alter damit treff ich einfach schon wieder so eine Kack-Nubwaffe mann kommt da nicht irgendwie mal was besseres oder so weißt du ob alter oh die Scheiße Alter mann da geht voll ab mit der Waffe ich treffe ich damit einfach nichts ich seh du dreimal ja das war ein Lack einfach so ein purer Lack alter mann er kommt raus und tötet mich einfach alter Kevin ist mit den Scheißdingern immer richtig gut und Burak auch aber ich treff damit gar nicht seiten ja alle ach da ist ja ne Map oh shit oh messer der Milch einfach komm schon schlecht ja spürst er hat man wenigstens noch den Bogen oder so damit man noch irgendwie anders fliehen kann ey komm der Messer hat mich schon wieder mann voll der Noob ja da hat die Hälfte gegeben echt toll ich hasse den Party Modus ich hasse ihn einfach oh ma ey komm schon jetzt zum dritten Mal ja Alter das ist doch so Lackmann das ist überhaupt kein Lack zu messer ich zieh ich zieh ich zieh genau auf euch drauf und jetzt treffen nie Black Ops vielleicht ein bisschen aber nie ey komm weißt du ey nicht dein Ernst nicht dein Ernst so eine Hure ey ja genau in dem Moment ändert dann die Waffe alter das ich messen wollte komm schon da muss ich nachladen ernsthaft nein ich hab noch bloody Screen oh shit da kann man von hinten scheiße wo bist du denn jetzt hin nooo da hinten Leute seid ihr grad auch so verbirgt oh oh shit oh man ich hab gedacht du wärst damals schon eine Leiche der tote Punkt und ich hab noch raus ey krass wie ich verfehlt hab ich bin jetzt grad voll auf Angeln an ihn oh shit oh shit oh ja Alter David echt du Hacks doch wenn die eine Hacks dann bist du das man ja auf jeden Fall ich halt ja ist doch so also Messerhack an und aus oih ¯¯ uff alter wie ich die Maus spam diese scheiß Waffe verziert einfach mal richtig hart der ist so ein Rückstoß Ich hasse diesen Partymodus. Ich habe euch noch gesagt, nee, kein Bock auf Scheiß-Party-Zeug. Vor allem nicht Scharpschulter, Alter. Das ist so eine Scheiße. Mit der Fall kannst du was sprayen, Alter. Ey, komm schon, Mann. Ja, einfach mal durch die Wand schießen. Schon wieder. Ey, da kommt man doch echt nicht weit. Die ganze Zeit alle am Headgletschen seid. Junge, wie kann... Oh, Mann, ich hab' keinen Bock mehr auf das Spielen. Mikrofon, Mikrofon. Alter. Ey, ich treff' dich sogar. Fast tot. Mann. Oh, Mann, ich geh' gleich raus. Hab' keinen Bock mehr auf das Spielen. Ich kann mich auch irgendwo hinstellen und mich einfach abschließen lassen. Chill, die Runde geht da ja noch. Nur noch 20 Minuten. Ach, komm, halt denn, Mann. Ey, Leute, ohne Spaß, du wärst es so eingestellt, Adi. Ja, Adi, weil dein Hurensohn ist. Übel, Mann. Adi, bist du dumm, dann bist du auch Nurensohn. Ja, das ist jetzt erst, wenn man ja, guck mal, wir erst nachdenken, dann so, äh, bist du so... Ey, ohne Spaß, warum hast du das so lange eingestellt? Die Wege ist doch von okay, Mann. Ja, trotzdem. Alter, kill mich jetzt nicht. So viel Festplattenspeicher werde ich jetzt auch nicht haben. Kevin, Mann. Will dein Leben. Ey, was? Du hast nicht genug Festplatt... Esparten... Festparten? Nööööö. Du hast nicht genug Speicher... Du hast nicht genug Speicherplatz für... 30 Minuten oder so. Du, ich habe die ganzen Programme auf die Externe gelegt, weil ich dachte, ich muss nicht mehr aufsetzen. Nein, Mann, ich hatte 20 Minuten ohne zu sterben. Ja, denken wir noch nie alle Stärke, oder? Ja, ich bin auch ein Kevin. Alter, ich gehe, ich springe jetzt einfach hier runter. Hihihi. Ich zähle Bock mehr auf zu spielen. Oh, scheiße. Du musst nur dringend hoch haben. Wie alle so deprimiert sind. Irgendwann spiele ich das Spiel nur noch mit Adi. Nein, ist Adi deprimiert. Was machst du denn, du Spass? Ich habe versucht, da hochzugehen wenigstens. Du hast versucht, mich zu rammeln von hinten, das war ich dir. Ich habe versucht, der Versuchung zu widerstehen. Ach, David, echt. Hör mal bitte auf. Tut mir leid. Let's go open. Ach, David, echt, hör uns mal auf, bitte. Er ist halt mal dein Maul. Oh, diese Kinder von heute, ey. Dazu gehöre ich leider auch. Das ist so dumm. Oh, Kevins Beste war für MK 14. Wie Kevin bist du, Alter? Was wir... Ja, von der Entfernung. Das war mir viel zu fern. Alter, da, jetzt hör bitte mal auf. Was soll er denn aufhören? So, heute hat er aufgehört. Mich zu töten. Jetzt hast du einfach angefangen. Wie du sagst ihm, er soll aufhören, mich zu töten. Bist du dumm? Ja, darf das nicht. Das zerstört den ganzen Sinn dahinter. Ray die ganze Zeit einfach nur. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier, Start-Lock für den Kill. Alter, der hat ja schon 50 Kills. Ist denn bei dem falsch? Ja, gewonnen, Alter. Gewonnen. Wir sprayen einfach den ganzen Sinn durch die Wand. Niemand sieht, Alter. Auf gut Glück und Art. Tötet mich noch. Ja, wixer. Noll. Alter, Mann. David, halt bitte mal auf. Ich hab dir einfach durch die Wand wieder mal tot gesprayt. Nee, würd ich nicht machen. Ich würd nur nachleihen, wenn die Waffe wirklich leer ist. Du bist gay. Ich würd' nur nachleihen, wenn die Waffe wirklich leer ist. Ich würd' nur nachleihen, wenn die Waffe wirklich leer ist. Außer, dass noch ein Schuss und das ist grad niemand da. Ah. Ach, f*** dich doch, Alter. Oh, 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 jetzt wird er beleidigt. Schon sechsen... Oh, ja. Oh, nee. Das war so geil. Oh, jawoll. Oh, nee. So scheiße, dass er dafür mal trainiert, Mann. Leute, hier geht's. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ach, komm schon. Oh, Mann. Dieser Typ, Mann. Ja, dieser Typ, Mann. Das schaff ich nicht. Er will mich mästern, richtig Mist gehört. Ich kann nicht Snipern. Alter, David kämpft ein. Ich hab's nicht machen. Er kämpft einfach an, wartet einfach ab. Oh, Mann. Hallo, David. Bist du nicht bei mir, Junge? Bist du dumm? Bin ich das? Was? Wo ist denn diese voll... Alter, Kevin, da tut ich gleich ein, ne? Ja, also irgendwie nicht. Loil, den Schluss hab' ich jetzt nicht gehört. Oh, jetzt hab' ich ihn echt nicht gehört. Oh, schön, der hat dir sein Sarmproblem. So wie Kevin sein Mausproblem hatte. Ja, und nicht mehr Haare. Und sein Gesprächsproblem. Ah, Mann! Messer ihn doch! Ey, Mann, die Runde geht! Echt zu lachen! Wenn ich nie genieße es, Kevin, geh mal nach! Ich sag' es! Ich sag' es! Aber denk' doch einfach mal nach! Das muss ich dann splitten. Nein! Ja, okay. Mann, nein, split' es nicht! Nein, split' es nicht! Lass' einfach so! Ich lage das doch nicht als ganzes Wochen so dumm! Bist du dumm? Bist du dumm? Wie lang geht in die Runde? Die geht 24 Minuten. 24 Minuten geht die Runde. Oha, wie lang, Alter! Das nie im Lebensblitzst du, das bist du dumm? 24 Minuten, Kevin. Wir splitten keine Black Ops Parts uns. 40 Waffen A, macht es gar keinen Sinn? Ne, 20 Waffen A, macht es gar keinen Sinn? Ne, 20 Waffen A, ne. Okay, 25 Minuten geht. Nein, auch wenn das Video eine Stunde gehen würde. Alter, Leute, das ist wieder richtig viele Szenen fürs Bestauf geben, Mann. Das kannst du so schneiden. Na, hingen wir nicht. Du, du schneidest was zusammen? Boah, ich treffe einfach niemanden mit dieser Waffe, die ist so schwul. Du! Du! Alter, Mann! Ich sonne mich. Da raged der ab. Ja, haha. Ich sonne mich. Alter, ich hab' mich doch gesonnen. Jetzt liegst du mit einer Leiche auf den Ding, Alter. Ja, ich hab' mich doch da gesonnen. Kombo-Bressabit. Ich muss mich auch ein bisschen sagen. Guck mal. Man ist ab und zu müssen lassen überhaupt geworden. Durch die Wand. Durch die Wand. Ne, was? Da war ja kein... Ne, was? Ja, diese Waffe. Auf Glück! Oh, scheiße. Nein! Ne, alter, das kann nicht sein. Das kann ich nicht sein. Das kann ich nicht sein. Warum? Warum? Peacekeeper! Wie die mich immer alle treffen. Ja, man kann mit der Peacekeeper spielen, obwohl es ne DLC-Waffe ist und wir das DLC nicht gekauft haben. LOL, oder? Ja, ich möchte aber gar nicht mit der Waffe frei spielen. Das bedeutet, einfach mit nem DLC schaltet man das frei, was eh schon da war. Richtig scheiße. Nein, du schaltest die halt frei aus deinem Party-Modus, Faggot. Faggot! Oh shit! Da warb Kevin! Du bist ein Faggot. Oh man, alter, die Whiskeeper ist ja mal richtig scheiße. Doch. Ja, ich war schon so bloody screenig. Screenig. Ja. Alter, Kevin, nee. Nee, es reicht. Es reicht einfach, nein. Alter, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich möchte jetzt mal ne Flasche Wein trinken. Was ist das denn für ein Wein? Der sagt, hör auf! Ich mein, im Online-Modus sagt man auch nicht, hör auf! Hör einfach auf, nein! Hör auf! Du sollst dich schon wieder. Das ist glaube ich... Was ist das denn für ein Wein? Lies mal, was da draufsteht. Ich glaub, irgendwie... Schau doch, nee. Schau doch nicht. Das ist kein Wein. Wart, hier ist noch Wein. Was steht denn hier drauf? Und hier sogar ein Bier. Alte, hier ist ganz viel Wein. Hier sogar ein bisschen Klavier, Kevin. Schau! Oh, kühl mich doch nicht immer, du Wichser, Kevin. Bist du behindert? Tut mir leid. Das ist ein Reflex. Hey, komm schon, ich hätte dich locker gehen können mit der Peacekeeper, aber nein. Das ist natürlich gewechselt. Oh Mann, Alter. Mal wieder so typisch. Alter! Das darf nicht wahr sein. 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 Oh Mann, Kevin. Das dann reicht's auf. Das darf nicht wahr sein. Nee. Niemals. Da wird es aufkommen. Nee, ich hab' keinen Bock mehr zu spielen. Alter, man hat das ist eine Aufnahme. Mir heißt mir doch scheißegal. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal. Leider. So nun, wisst ihr. Stiche 2. Punkte. Null. Für unsere Qualität so so langsam am sinken ist. Toden 59. Oh, ich hab' nachgedacht. Oh, ich hab' nachgedacht. Ich lauf' jetzt prinzipiell nur noch geradeaus. Er läuft noch gegen die Wand. Ich bin jetzt nur noch W und nicht mehr WSAD. Ich kann mit W umschauen. Ich spiel' jetzt nur noch im Scope. Ich bin jetzt in Scope. Jawoll. Oh, nee. Das lockert natürlich die Situation richtig aus. Nö, hab' ich so richtig keinen Bock mehr zu spielen. Das hört sich so leicht an, als würde man so flammeln lassen. Manni, bist du eigentlich behindert? Alter, was das war? Hm? Das ist so bescheuert. Oh, Mann. Alter, richtig bescheuert. Mach was mit der Kamera vor uns vorhin. Komm schon, Mann! 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 am Arsch. Fuck, ich dachte der muss nachladen. Hab ich doch. Muss hier ein bisschen Vasen mähen. Durch die Wand. Oh. Mal ne gescheite Waffe. Ausnahmsweise. Ja, jetzt habe ich aber kein Spielspaß mehr. Jetzt haben sie es verstanden. Oh Mann, echt. Die Hamre, Alter, das ist auch so ein schwuler Scheiß. Bin die gar nicht so schlecht, die Waffe. Schon. Alter, ohne Spaß, Mann, das ist besser als... Ich bin die ganze normalen Assault Rifle nur mit... ...muss länger nachladen. Okay, besser als der Rotsdam. Ey, warum hat der 1.005 Punkte? Das geht doch nicht. Ja, wieso triffst du mich denn durch die Wand, du Mixer? Er war auf dir durch die Wand gesprayt. Ja, hab ich auch. Ja, Pech. Die Aufnahme ist plittig in 2 Minuten Parts. Mach das. Schneid einfach die Stellen raus, wo ich sterbe. Also alles. Die Lache. Richtig komisch. Auch da wird echt headlick. Richtig komischer Typ. Ey, komm schon. So schnell konnte ich nicht reagieren. So schnell konnte mein... ...sklave nicht krieg. Kein HD-Plus-Reflexe. Natürlich hab ich HD-Plus-Reflexe, aber keine Chuck-Novel. Oh shit, ich hab noch den Moonwalk. Ich konnte mich nicht leisten. Oh nee. Mein Rack doll, ich bin einfach weitergelaufen so. Geil. Fresse gelegt, Alter. Ich glaub von da kommt er. Ich glaub von da kommt er. Kevin campt. Ich hab's genau ge- Asphalt abled. Bist du dumm. Kevin campt. Ich hab nicht gecampt, du fo- Kevin campt. Kevin campt. Oh mein Alter. Nein. Fuck. Loll, der campt einfach. Peanut. Mensch, der David schützt einfach seine BASE ab. alter schwede die aufnahme ist anstrengend was macht der typ warum explodiert er gar ja achten sie nicht explodiert aber durchgeglitsch ich habe dich aber noch abgeschossen alter das kann doch nicht wahr sein ich war höchst genau berechnet die wahrscheinlichkeitsrechnung die scheiß drauf ich kann nicht rechnen der 3er schuss wie hässlich 3er schuss voll geil und ich hab mich ganz kurz doppelt gehört aber das ist ja scheißegal durch die wand what the fuck mit wenn ihr shift drückt könnt ihr das visier wechseln zum großen alter und jetzt noch so ein rückstoß gar kein rückstoß die ziel mal dann siehst du das wie das sie was sie für einen rückschluss hat lol der kämpfe doch du hast einfach mal richtig in der dreckige kämpft leute das spiel sechs minuten geht das ganze noch mann echt du bist ja immer in dem scheiß haus bin ich doppelabschuss aber ich hab keinen bock mehr geht nur noch sechs minuten chill kevin mann sechs minuten das packst du noch damit das packst du noch ich gebe ich lieber selber ich würdige euch den könig oh nee alter ey komm nicht messern komm sei fair so wollte ich grad sagen mann richtig dumm von dir wir hätten das wie richtige männer austragen können na gut wer bleibt jetzt aber keine das ist jemand ich stehe so kurz vorm Disconnecten 5 Minuten alter ja in 5 Minuten darfst du durchs Disconnecten aber guck mal was sind das für Aufnahmen wenn man schon nur daran hofft dass endlich diese Aufnahme vorbei ist ich meine dann ist es immer so wenn du Black Ops 2 spielst ja ganz ehrlich dann macht es echt keinen Sinn mehr irgendwie finde ich soll ich das nicht hochladen oder was doch man dann möchte ich damit dann möchte ich auch was du willst klar Junge lag den Scheiß hoch ich kann dich jetzt auch nicht beeinflussen natürlich kannst du mich beeinflussen ja gut dann bring dich um jetzt wo du es erwähnt der hat sich logisch an oh ne mann ach die schau mir ja so ne Scheiße mann Kevin hör auf und wenn er selber so ist ne lacht er nicht auch David also immer solche Akimbo Pistolen scheiß ich bin so enttäuscht von dir dass du gut bist oh Kevin ich bin so enttäuscht von dir dass du gut bist hast du gehört damit gehört hat gesagt er wäre gut sorry ich hab Kevin gemutet jetzt muss ich auch grad drüber lachen na frost drei Minuten Leute drei Minuten ihr hört es liebe Zuschauer reinste Qual alles nur wegen dem Geld das ist ja dieser Typ mann 47286 kauft dann wenigstens die Bandsen Amazon Link Link in der Beschreibung genau Amazon Link in der Beschreibung oh mein Gott mann kostet euch nicht ich habe die 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 er hat keine Balls of Steel das geht nicht das ist nicht logisch k k k k k Lass mich mal bitte kurz nachladen. Na ja, Kevin, da kommt der von hinten, Alter. Kannst auch noch Killstealen, Kevin. Nee, nicht nur. Hast du gerade noch deine Tastatur? Richtig. Na, komm, sie. Er haut einfach auf seine Tastatur. Noch eine Waffe nix danach. Das ist für die Zeit, mit dem Strohfilter und der Sniper oder so eine liebe Waffe nix. Fuck. Oh, ja. Oh, gegeben, Alter. Das werden wir alles auch noch in den Best-Off mit einschneiden. Ich glaube, ich nehme jetzt mein Handy, lasse irgendwelche Musik abspielen, damit das Video von der G-Mark gesperrt wird, damit wir es nicht hochladen können. Ich weiß schon, dass ich das dann auch einfach minuten kann. Shit. Ja. Nee, jetzt habe ich mich extra gebückt für dich. Tja. So wie immer, oder? So wie immer. Kevin, scheiß Spaß. Wie immer hast du deine Ladung abgelassen. Ja. 200 Schuss. 200 Schuss. 200 Kampffschutz pro Sekunde. Oh mein Gott. Das war ein bisschen viel. Oh, wie sich's gehört, echt. Weißt du, wie sich's gehört, Kevin? 200 Schuss mitten in die Fresse. So ein krasser Insider, mein. Ja, Kevin nimmt nicht mit FPS, sondern mit CPS auf. Come shot per second. Ja, momentan sind's noch 60. Bei mir sind's 140 Bit. Aber ich habe auch einen Begrenzer eingeschaltet. Oh shit. Im Come shot Begrenzer. Jetzt frage ich mich gerade, was ein Begrenzer jetzt im Real Life ist. Ja, Kevin halt eben. Kann man auch mieten, Kevin, als Begrenzer. Ja, ich spay die ganze Zeit, der spayt einmal und dann trifft er. No, 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 no... Und wir sind fertig! Endlich! Nach 3 Jahren, 5 Wochen und 2 Tage waren. Und 2 Tage zu 18. Spür mal, Kevin, diese epische Killcamp. Gar nicht episch. Scheiße, bist du schlecht. Das ist überhaupt nicht episch, Mann. richtig am sprayen. Ich wollte noch T-Baggen und dann in der Zone vorbei. Oh, das Video muss erst mal updaten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo oder sonstiges da. Wenn nicht, dann links in der Beschreibung. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Amazon-Link in der Beschreibung.